Oh, Jan Hörl. Jan Hörl hatte richtig gute Quali, guten Absprung, perfektes System. Das war auch wirklich super ruhig. Da hat nichts gewackelt. Er hat gute Bedingungen jetzt. Er ist gesprungen wie ein Uhrwerk. Es spricht nichts dagegen, dass er wieder runterspringt. Dann könnte er seinen persönlichen Rekord schaffen. Sensationell hier, Jan Hörl. Wir haben gesehen, 2B 237. Also das war knapp dran. 236. 19,5, 18,5. Gute Noten. Die 18,5 geht einmal raus. Winzpunkte nur 3,5 abgezogen. So tolle Technik hier. Nicht die stabilste Saison von Jan Hörl, aber jetzt im Plan. Er zeigt einen Flug schöner als den anderen. Mit diesen Noten wird er die Führung übernehmen vor Gregor Deschwan. Um 3,9 Punkte. Ja, auch er, wirklich. Am Ende nochmal aufgedreht. Jan Hörl, Führung für den Österreicher. Nach dieser durchwachsenen Saison eine Wohltat.